Hi Freunde und Herzlich Willkommen, hier war ArchieGaming, Flo mit am Start. Heute gibt es ein Informationsvideo, es geht heute wieder um die 100 Carsets for free. Ja und Freunde, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ein neuer Loading Screen ist am Start, denn heute geht eine neue Promo los, heute Abend die Winter Wildcard Promo geht wieder los. Die meiner Meinung nach beste Promo in FIFA 22 kommt endlich zurück zur Winterzeit und es geht nicht Freitag los, sondern es geht schon heute Abend und ich möchte natürlich mitgeben, wie ihr 100 Carsets for free mitnehmen könnt und dafür gehen wir rein in das Video. Außerdem werden wir uns die Maria Squad Ready Challenge von gestern Abend anschauen. Ich zeige euch noch ein paar Leaks in Bezug auf Winter Wildcards und alle Informationen heute hier, separiert in diesem Video. Bevor wir rein starten, wieder kurz, ich erinnere mich an euch, zerstört sehr, sehr gerne den Like-Button, ihr könnt mal erzählen, das geht ganz, ganz schnell, nehmt euch eine Sekunde Zeit, zerstört ordentlich den Like-Button, ihr seid in letzter Zeit richtig hart am Eskalieren, lasst uns also die 10% Like-Rate sehr, sehr gerne beibehalten. Dankeschön für euren Support und falls ihr komplett neu sein solltet, FIFA aber feiert, beziehungsweise zumindest, dass ich täglich für euch am Start bin, dann lasst gerne auch kostenlos ein Abo da, wir haben jetzt frisch die 55.000 Abonnenten-Marke geknackt nochmal an dieser Stelle, Dankeschön dafür, auf dem Weg jetzt Richtung 60.000, Dankeschön für euren Support. Allgemein, natürlich heute Abend auch wieder ein weiteres Video, also heute Doppel-Upload, ich hoffe, ihr feiert's, lasst sehr, sehr gern Liebe da. Ja, ihr fragt euch jetzt, wo bekommen wir denn bitte 100 K-Sets for free, denn zurück, ja Freunde, es ist so, und zwar die Season endet am Donnerstag, heute ist Montag und ich dachte, passend, jetzt auch zum neuen Loading-Screen, apropos neue Loading-Screen, Freunde, wir gucken uns den mal kurz gemeinsam an. Ich habe hier extra einen Screenshot für euch gemacht, Winter Wildcard Swaps. Ja, wo ich den Screenshot gemacht habe, 7 Stunden, 47 Minuten, bis es endlich losgeht, Freunde, es ist geisteskrank, es ist wirklich geisteskrank. Winter Wildcard hat also auch wieder Swaps integriert, ihr seht links die Wildcard Swaps-Token, dafür können wir unter anderem Player-Pixels holen, wieder Winter Wildcard-Karten an sich und eben unter anderem auch Packs. Also läuft identisch, wie jetzt quasi mit den Worldcup-Swaps. Ich werde aber sobald das eben dann morgen, wahrscheinlich morgen Mittag oder Mittwochmittag, wird ein separates Informationsvideo kommen, wo ich euch zeige, welche Swaps-Rewards die besten sind, denn dazu haben wir noch keine Informationen, auch noch keine geleakten Informationen. Da zeige ich euch dann separiert in einem Video die nächsten Tage, was sind die besten Swaps-Rewards und so weiter und so fort. Ich erkläre euch einfach allgemein, wie die Winter Wildcard-Promo funktioniert. Aber jetzt zurück zum Thema, ihr fragt euch, wie können wir uns 100k-Sets sichern. Und zwar geht das Ganze über Meilenstein-Rewards. Wir sind jetzt hier bei den Elite Division, Meilenstein 3, Jumbo-Selten-Spieler-Packs, da gibt es sogar zwei, also maximal könnt ihr sogar bis zu zwei Jumbo-Selten-Spieler-Packs euch sichern und Prime Girl-Spieler-Pack, das bekommt ihr quasi for free, kurz zur Erklärung, für die, die auch komplett neu sein sollten, ja, oder jetzt erst zu Weihnachten-Richtung das Ganze bekommen. Also, was hat es damit auf sich? Ihr zockt ja Division Rivals. Und egal jetzt, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden, hier auf dem Counter links unter Season 2, Meilenstein 2, Fortschritt. Es gibt Fortschritt und da gibt es gewisse Stufen. Und da gibt es drei und wenn wir da draufklicken, sehen wir diese drei Stufen. Da haben wir einmal hier die erste Stufe bei 20 Spielen allgemein. Die mittlere ist 50 Spiele und rechts haben wir 90 Spiele. Das geht auf jede Season, also wenn wir hier zurückgehen nach L1 hier drücken, Season 2, Eim in die Divisions hoch, 6, 7, 8, 9 und 10. Und da fangen wir jetzt einfach mal ganz hinten an. Da gibt es, und ich glaube, ihr seid nicht in Division 10, bei maximal 90 Games ein seltenes Elektro-Spieler-Pack. Also noch kein 100-K-Set. Bei Division 9 seht ihr hier Jumbo-Rim-Gold-Spieler-Pack, Prime-Elektro-Spieler-Pack. Und dann haben wir Division 8 und da geht es dann los. Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack bei 90 Games. Hier bei 50 noch nicht. Das heißt, ihr müsst mindestens in Division 8 sein und 90 Games gezockt haben. Also wie gesagt, unabhängig davon, ob es Siege, Niederlage oder Unentschieden sind. Dann seid ihr dadurch auf jeden Fall fix. Wichtig zu erwähnen, und das kam in den letzten Videos immer, nein, ihr könnt natürlich die Games nicht quitten. Also ihr müsst schon durchspielen, beziehungsweise darauf hoffen, dass wenn ihr dann ein Game zockt, dass er, wenn ihr dann 1-0, 2-0 führt, dass er dann quittet. Aber ihr müsst eben das Game durchspielen. Ihr dürft nicht quitten, ja, um eben dann dieses Plus-Eins-Game zu bekommen. Ja, und das geht dann ganz so weiter in Division 7. Da haben wir dann hier ein Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack in Division 7, aber auch noch nicht bei 50 Games, falls ihr die gezockt habt. In Division 6 geht das Ganze dann weiter. Jumbo-Rim-Gold-Spieler-Pack und so weiter und so fort. Aber hier Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack dann ab 90 Games. Division 5 haben wir am Start. Auch da, er ist ab 90 Games ein Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack direkt integriert. Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Pack auch hier erst. Wir sind in Division 4. Da seht ihr das Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack ab 90 Games. Division 3, da haben wir dann auch hier noch kein 100k-Set. Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack ist aber in Division 3 am Start. Und dann seht ihr hier jeweils die Rewards für Division 2. Auch hier ein Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack. Und Division 1, Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack ab 50 Games. Also das heißt, wenn ihr 50 Games nur gespielt habt, müsst ihr zumindest in Division 1 sein, um ein Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack for free zu bekommen. Und da gibt es dann ab 90 Games. Also wenn ihr in Division 1 seid und 90 Games gezockt habt, bekommt ihr zwei Jumbo-Seltenes-Spieler-Packs. Und dann sind wir bei Elite, da dann auch 90 Games und eins dann bei 50 Games. Also es geht jetzt nicht darum, dass ihr in der jeweiligen Division eben 50 Games gezockt habt. Nicht, dass ihr das falsch versteht, sondern es geht eben um den allgemeinen Fortschritt in der Season 2. Ihr könnt euch erinnern, es gab damals die Season 1. Vor dem World Cup-Event ist es dann in Season 2 umintegriert. Und oben rechts auf dem Counter seht ihr noch, zwei Tage, 21 Stunden unter meiner Facecam, jetzt hier gerade, hier quasi oben. Ähm, das ist der Season 2, was damit gemeint ist. Also, ähm, die da gelaufen ist, das ist damit gemeint. Das kennt ihr aus den Meilensteinen oder die Season Rewards aus den Zielen. Können wir gleich auch nochmal kurz reingehen, damit ihr das versteht. Und in diesem Zeitraum eben, oder unten links seht ihr das, Season endet in zwei Tagen, 21 Stunden. In diesem Zeitraum müsst ihr eben mindestens 50 beziehungsweise mindestens 90 Games gezockt haben, um auf jeden Fall sicher ein 100k-Sets zu holen. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch in den nächsten zwei Tagen auf die 90, ähm, Games-Grenze hochgehen. Ich habe erst 37 Games gezockt, aber gar kein Problem. Ich werde das Ganze auf jeden Fall auch greiten, craften, vielleicht online gehen, vielleicht bei Twitch das ganze streamen. Wir werden mal schauen, äh, wie das Ganze aussieht. Aber das auf jeden Fall schon mal dazu. Dann habe ich euch gesagt, die Maria. Die ist, glaube ich, gestern um 21 Uhr, 20.45 Uhr. Ich habe ganz komisches gehört. Die ist auf jeden Fall, ich meine, es war nach 21 Uhr. Ich bin mir fast schon sicher, es war eins. Ich meine, es wäre nach 21 Uhr gewesen. Da kam tatsächlich eine Di Maria Squad Building Challenge. Also kurz vorweg nochmal, 100k-Sets, hoffe ich, dass ihr das jetzt verstanden habt. 100k-Sets for free. Es kann mehrere geben, aber auch nur eins. Je nachdem, in welcher Division ihr seid, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und wie viele Games ihr dort gezockt habt. Falls da Fragen sein sollten, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde wieder jeden einzelnen Kommentar beantworten, reingehen. Und auch die Community, falls ihr euch dazu berufen fühlt, gerne reingehen. Und das Ganze dann beantworten. Also, jetzt aber zu dem Kollegen, die Maria. Und man muss ehrlich sagen, Freunde, bevor wir jetzt gleich weiter mit dem Winter World Cup, Winter World Cup sage ich schon, Winter Wild Card Swaps weitermachen. Man muss ganz klar, erstmal jetzt ganz klar sagen, GG an EA. Was ist das bitte für eine Squad Building Challenge? Denn wir haben einen 5-Sterne, 4-Stern, Angel Di Maria. Es ist geisteskrank. Er bekommt diese Karte als, in Anführungsstrichen, Man of the Match für das World Cup Final. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, er ist allgemein Man of the Match. Aber, was man sich auch gut vorstellen kann, ist natürlich, dass nicht Messi und auch nicht Mbappé mit den 3 Treffern nochmal jetzt eine neue Karte bekommt. Mbappé hat gerade eine frische Karte draußen. Messi hat gerade eine frische Karte draußen in Packs. Insofern ist klar. Aber Di Maria finde ich jetzt auch kein Fehler, dass er jetzt hier als Man of the Match SBC da ist. Denn die SBC ist wirklich ein Big Win meiner Meinung nach. Und viele haben schon gefragt über Instagram und über YouTube-Kommentare im gestrigen Video, wo wir die ganzen Icon-Packs geöffnet haben. Was ist meine Meinung? Und deshalb will ich da kurz mal Bezug nehmen. Also, linker Flügel, LM kann der spielen. Und wir sehen eine richtig brutal gute Karte. Also, ich bin wirklich überrascht und immer noch überrascht. Gestern Abend war ich schon überrascht. 91er Ruhe, 95er Beweglichkeit. Passend sieht absolut geisteskrank aus. Schuss haben wir am Start. Kann auf jeden Fall noch geboostet werden. Wir haben ordentlich saftig Pace. Aber vor allen Dingen bei Di Maria einfach die 5-Star, 4-Star. Big. Einfach sehr, sehr big. Flair haben wir noch. Wir haben einen Außenrissschuss. Und jetzt kommt der bigste Win ever. Wir haben zwei Wochen Zeit. Und zwei Wochen für so eine Squad-Planning-Challenge. 83er mit Team of the Week. 84er ohne Special Karte. Und 85er mit einem 87er Grateden. Und wäre das nicht schon genug? Nein, wir haben hier ein Goldpack. Und hier ein World Cup Team of the Tournament. Lai Messi. Das heißt, den können wir in Freundschaft spielen. In Moments. Allgemein in Modi, wo eben keine Verträge ablaufen. Quasi unendliche Zocken. Messi gibt es hier als Leitkarte für drei Games. Und Prime-Gemission-Spieler-Pack dann auch nochmal der Robot. Also ganz ehrlich. Nach dem, was wir die letzten Monate im Endeffekt schon. Oder die letzten Wochen von EA gesehen haben. An Content. An SBC-Content. An Preis-Leistungs-SBCs. Da waren einige. Die Preis-Leistung meiner Meinung nach top war. Aber viel war auch einfach wirklich ins Klo gegriffen und bodenlos. Und dass sie so eine SBC raushauen. Das habe ich ihnen wirklich nicht zugetraut. Was ich auch ein bisschen weird finde. Ist, der World Cup endet jetzt. Und heute Abend geht es eine neue Promo los. Und die World Cup-Promo, die so heftig gehypt worden ist. Und so angeteasert worden ist auch von EA. Wie noch nie eine Promo zuvor im Endeffekt. Die jetzt zum letzten Tag. Weil heute Abend geht es ja wie gesagt weiter mit der Winter Wildcard-Promo. Jetzt zum letzten Tag auf einmal. Gestern schon mit der eigenen SBC eine Top-SBC raushauen. Jetzt mit Angel und Maria eine Top-SBC raushauen. Das muss ich euch ehrlich sagen, finde ich schon sehr, sehr weird. Und ich frage mich, ob es gewollt ist. Weil, wieso haben sie während der Weltmeisterschaft nicht solchen geilen Content gebracht? Weil das finde ich wirklich nice. Die Maria gucken wir uns gleich bei Football natürlich im Detail noch einmal an. Kurz für euch in Bezug auf Sets aufsparen und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich auch noch in Draft reingehen. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, Rivals durchzocken für die Rewards am Donnerstag. Ja, also Moments beziehungsweise in die Ziele gehen. Also holt euch da die Packs. Holt euch da das Futter. Denn ich glaube, jetzt demnächst kommen einige saftige, gute SBCs. Und damit nehme ich euch jetzt zum Abschluss noch einmal mit. Und zwar zu den Winter Wildcard-Swaps, die wir uns jetzt erstmal anschauen. Das sind zum einen ein Karim Benzema. Die Stats sind natürlich expected, also die sind nicht 100% safe. Aber er wird kommen als Winter Wildcard. Genauso wie Adama Troué mit 4-Star 4-Star. Ui, das könnte auf jeden Fall auch geisteskrank nice werden. Und natürlich, er darf nicht fehlen. Stats auch hier expected. Sam Maximo. FIFA-Legende in FIFA immer gehypt. Gut, und da bin ich auch mal gespannt, wie die Karte dann im Endeffekt aussieht. Das schauen wir uns dann heute Abend etwas genauer an. Aber, Freunde, Freunde, heute könnten Upgrades kommen. Saftig. Montag. Eine Probo geht los an einem Montag. Ohne der Wildcard-Swaps geht los. Also heute Abend haben wir auf jeden Fall einiges zu bequatschen. Und jetzt gehen wir nochmal kurz auf Ankel Di Maria. Wir gucken nochmal auf der Preis, die sich aktualisiert hat. Aber ungefähr 125.000 Münzen für so eine Karte. Wow. Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich top, top, top. 95% sagen auch Daumen hoch. Da gehe ich sowas von direkt mit. Also bei den drei Segmenten hätte ich ja never mit gerechnet. Vor allem mit so einem Upgrade. Ich meine, klar, wir haben den Wants to Watch. Aber, Freunde, er hat, falls ihr es vergessen habt, zwei Sterne Weakfoot gehabt. Und den jetzt auch auf vier Sterne zu upgraden, das ist das Beste, was EA ever machen konnte. Wir sehen, sieben Pace, drei Schuss, zwei Passen, zwei Dribbling, zwei Def, drei Physis. Und ich kann mich gerne nochmal wiederholen. Also wir haben jetzt nicht die allgemein heftigen Boost, weil plus drei Overall. Ich finde nice, er hat endlich Pace am Start. Und eben das Wichtigste ever, fünf Sterne, vier Sterne. Und er ist gut linkbar. Juventus, Argentinien, Serie A. Also besser geht es nicht. Einer der besten SBCs ever. Wenn ich das jetzt mal einfach so raushauen kann, die EA tatsächlich in FIFA 23 gedroppt hat. Vielleicht seid ihr der gleiche Meinung, vielleicht auch nicht. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass ihr auf jeden Fall wahrscheinlich genauso viel gehypt seid, wie ich mit den Winter Wildcard Swaps. Darum wollen wir uns dann heute Abend noch etwas genauer kümmern. Hier könnt ihr jetzt aber sehr, sehr gerne. Und das kann ich am wärmsten ins Film. Einmal noch in die Icon Packs gehen von gestern. Die 88 Plus Icon SBC. Geht gerne rein, lasst auch da, liebe da. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Und teilt das gerne Video gerne mit euren Freunden, damit die Bescheid wissen, dass die eine 100K-Sets bekommen. Wissen einige nicht. Insofern das Infovideo für euch. Insofern würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend. Euch einen entspannten Tag. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.